Hallo zusammen und es geht weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich euch. Epische Herausforderung, Woche 13, Fortnite Chapter 2 Season 7. Und wir müssen hier in Phase 2 von 2 Proog eine Waffe zu einer epischen oder legendären Waffe aufrüsten. Bedeutet, wir brauchen also mindestens blaue Waffen, um die zu violett oder dann violette zu gold zu machen. Aber eine Stufe scheint zu reichen. So, ich denke, ich riskiere mein Glück, da hinten mal in Craigie Cliffs, das ist schön weit weg. Also theoretisch, damit das schnell geht mit dem Aufrüsten, braucht man eine ungewöhnliche blaue Waffe und rüstet die dann zu episch violett auf. Oder man findet eine epische Waffe und rüstet die dann zu gold legendär auf. Ich kann es aber auch anders machen, da ich hier 5000 Goldstücke habe oder Gold Club, wie auch immer. Kann ich quasi jede x-beliebige Waffe hinten und die umrüsten. Ich brauche doch tatsächlich einer mit hier, das gibt es doch nicht. Ich will nur noch eine Waffe aufrüsten, Jungs. Also einmal zu blau und einmal zu episch. So, das war's. Ganz einfach. Danke bis zu sehen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's Gott.